So, jetzt bin ich mit der Flori da draußen, die liebt es sich zu wutzeln und sich vor meine Füße zu schmeißen und mein dickes Bauch zu zeigen. Flori war ja die mutigere der beiden Schwestern und sie ist nicht ganz so fröhlich wie ihre Schwester Flora. Wenn sie draußen ist, ist sie etwas gesitteter, sagen wir mal etwas ruhiger, auch wenn sie sich natürlich freut und gut an der Leine geht. Ja, Butzi ist ihr Partner hier, damit sie nicht alleine gehen muss. Da habe ich die beiden hier an der Leine. So, sie sind ein ganz gutes Team. Gehen recht manierlich, komm Butzi. Also, Butzi ist ein Wasserhund, der geht gleich planschen und hat da gar keine Probleme. Also, vielleicht hat jemand Spaß mit ihm schwimmen zu gehen, huh Butzi? Und die kleine dicke Florida, schauen wir mal wie mutig sie ist. Tja, ein echter Lobby steckt da in beiden drinnen, huh? Na, na ihr Süßen? Na komm, raus da, hoppi! Das ist der Mitmach-Effekt, gell? Kleine Fleuriger. Ja, hübsche Maus, komm. Also, mittlerweile genießt sie ihre 5 Meter Freiheit und läuft da ganz toll und ohne Probleme an der Leine. Florida, ja, braves Mädchen. Also, sie ist fast anrufbar, kann man schon sagen. Whether, wie es Sie haben? Wie fühlt sich diearbete? Wenn wir Auslaut 괜writing. Hier kann man losamer. Über experts!